In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen saftigen Schweinebraten mit einer leckeren Soße, Klößen und Apfelrotkohl im Römer Topf zubereitet. Das Rezept findet ihr in der Römer Topf Rezeptwelt und den Link dazu unter diesem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.